Willkommen im Schlo-Monat. Was machst du denn? Bereit? Da geht ich nicht nach. Da, Simon. Ich wollte schon lange im Bett schlafen. Hast du Scheiss? Nein, Problem. Deine Schwester wird verschrecken. Das wird lustig. Ich muss mich in so einen dunklen Wald hineinlocken. Du bist einfach davon gesinkert. Du auch für. Hey! Ich dachte, was ich will nur verabschieden. Was kann werden? Bin ich hier, weil ich stelle mich zur Bord an. Wow! Wer bist denn du? Es geht nur noch. Die Welt ist schon ein Tipp. Und übergebe du nur die Erwägungen halten. Soll das? Genau. Was soll das? Ich hab dich nicht angelernt. Du hast mich angelernt. Kommt ihr nicht schlafen? Wir sollen nicht schlafen. Wir. Wer seid ihr? Ihr seid alle hinterher über uns. Und über uns? Findet ihr nicht einmal den Weg aus dem Wald? Der Waldthalp ist krank. Klar. Und wir werden alles zwingen. Geh mal. No! Read es. Ich hab dich nicht angelernt. Die Alte haben uns bezaubert. Hör auf! Es gibt keine Alte, keine Elfe. Wir haben schon gar keine Saubererei. Elfe? Das sind doch keine Elfe. Was sind denn Elfe? Ausserjährliche Situation. Jetzt wird die ganze Situation hier nicht komplizieren. Wenn man brainwashed bald ist, dann geht es nicht. Jetzt sind wir am Schlaf und können nicht aufwachen. Werden erwachsen Menschen? Viele Male haben wir euch gebeten, uns zuzuhören. Haben wir auch noch durchzugeschaltet. Und jetzt, kurz vor Schluss, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Zu mir, es tut ihr so, als gäbe es uns alle nicht. Als wäre der Hals, wo wir an die Grüne verpeten. Und jetzt sollten wir euch wieder daran erinnern, dass wir die Sachen vergabend auch mal zusammen bekommen müssen. Einmal muss jeder gehen durch einen dunklen Wald. Und jetzt sollten wir euch auf den B에서 berühmten. Segen wir uns jetzt auf den Beste mit uns noch reden. Wir sind jetzt bei uns auf den Beste, 같은데 wird uns sehr verraten. Ich habe die Sache über die Grüne verraten. Das ist ja auch genau. Vielen Dank.